Aal und Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Get Your Online Hey Michael Du da hinten Ah grün Ich bin Lester Ich weiß, hab's gesehen Hey Michael Das war auch nicht mit Absicht Ja sorry, ich bin nicht mehr da hinten reingefahren Aber das war mit Absicht dann Lukas Deu Ja, bei dem Lukas Ups Ich komm mit Ja, ich bin zweiter Ja, dritter Geh weg Na, aber sind wir noch dritter? Nein Doch Ja... Irgendwie 720 es ist wie immer An dieser komischen Wand Jaa... Also ich soll gleich 4 Runden einstellen, ja? Yo! Das war dann eine ganze Aufnahme! Hahaha! Oh ja! WTF?! Was? Keine Ahnung! Das ist halt das WTF! Was? Hab nicht mal den Boden berührt und auch mal crashig gegen irgendwas in der Luft! Oh! Michael! Hallo! Und dafür hab ich sogar 50 HP gegeben! Geil! Michael ist sehr düst! Oh! Du bist über mir! Oh! 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 Ja! Wir warten mal nur 6! Nice, Mutter! Tschüss! Und das habe ich auf Band! Oh! Was vom Ziel! Du bist weiter! Ja, den eigentlichen 2. Den habe ich so weggequerscht, dass der nie wieder was nicht erholt hat anscheinend! Könnte Lucas gewesen sein! Oh! 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 Öffner! Gefällt mir! Gefällt mir! Ich könnte aber auch Achillat... oder Entforster? Ich weiß es nicht! Ne mit Achillat habe ich mich gekloppt! Ich habe jemanden auf jeden Fall in den Hintern gerammt und ja... dann ist er geflogen! Oh! Das gefällt mir, glaube ich! Oh! Anscheinlich nur uns! Ich seh mir nämlich Motorräder! die mit der ich mich geklopft hat das spiel verlassen warum hat er gerade was explodiert ich weiß nicht ja ich habe aber auch kein chili gegessen deswegen wundert mich ja warum sagt jetzt runden fünf motorrad warum fünf runden motorrad alles klar akuma keine weiteren fragen so habt das wichtigste outfit an ohne besser und das hat lukas auch an gab gerade es ist da jetzt nicht bereit er legt mich auf den arsch wenn er nicht bereit hat die frau das hat das spiel verlassen erweiter das platz frei möchtest du das stück vorrutschen er hat das schon kann ich leute hinten reinfahren ich hätte eigentlich mein motorrad outfit nehmen müssen hey michael du musst mich doch nicht alles rampe beplant war es aus dem scheiß mal nicht dabei bin ich der planer von uns bei atemtaten pass schon er michael da kommt ein schirr und du ich hab mich so weiche irgendwie ist sie vor mir gespawnt das finde ich nicht nett man könnte meinen dass wir zusammengearbeitet haben obwohl das nicht geplant war ja fuk was ist denn da los das ist das ist vierter na aber ich hab ja noch vier runden zeit na ja egal ich hab ja noch das heißt es doch schön ich hab ja noch vier runden da da irgendwie ist das ff ne schöne luft hier vorne du hast 23 sekunden von mir entfernt, während last otto man, der eigentlich weiblich ist, fällt mir gerade mal auf, elf Sekunden von mir entfernt ja, aber aufholen ist eingestellt, das heißt, ich bin schneller als hier theoretisch gesehen jetzt habe ich auch noch Windschatten Entschuldigung geht aus meinem Windschatten raus der ist meiner weißt, was traurig ist, wenn der erste Windschatten kriegt Niemanden, aber ich meine, das wäre traurig ja ja ja, ja, ja ... Michael, irgendwie ist es manchmal sehr laut bei dir. Hm. Michael? Na, Fenster offen. Oh ne, das kann es tatsächlich sein. Aber wenn ich es nicht offen habe, sterbe ich. Und das wäre schlecht fürs LP. Ja, stimmt. Für eine Aufnahme. Obwohl. Mach Facecam an. Dann sieht man es wenigstens. Kauf dir erstmal eine Camp. Eine funktionierende Camp. Eine Camp habe ich. Eine nicht überbelichtete Camp. Oh fuck, ich sehe den hinter mir schon. Dabei habe ich nicht mal einen Unfall oder so gebaut. Ja, wie gesagt, aufholen ist eingestellt. Das ist ja langweilig. Oh Michael, du wirst es überholt. Was ist denn los? Äh. Aufhund ist an. Oh fuck. Ich glaube, sie werden doch der Vierter. Ich habe versucht, sie wegzucrashen. Hat nicht funktioniert. Obwohl. Es ist noch alles drin. Es sind noch drei Wunden. Ich sage mal dreieinhalb. Oh. Hallo. Bist du gerade über meinen Kopf geflogen? Ja. Sonst hätte ich nicht hallo gesagt. Bei dir weiß man nicht. Äh. Oh, da vorne sehe ich schon den dritten. Die ist hin und her gerade, ne? Ja. Jetzt müsstest du aufnehmen, ey. Ich kann das nicht. zwischendurch durch unsere sichten wechseln dann müsste ich dir die aufnahme schicken ja und du weißt wie ewig das dauert ja wir brauchen echt dropbox alter dann wäre das viel einfacher theoretisch ja da müsste ich öfters aufnehmen und ich nehme ja auch nur auf wenn ich wirklich lust habe oder wenn ich dran denke aber dann wäre es möglich zwischen die sichten zu schalten ja das stimmt hallo ihr habt ja jemanden fliegen sehen naja das war ich versuch mindestens noch zweiter zu werden das könnte schwer werden dann kannst du gleich für den ersten mit zielen deswegen sagte ich es mindestens alter meine hände sind so unfassbar im schützen so erstmal mein ventilator zweit stufen höher gestellten ja ohne ventilator würde ich das nicht überleben alter auch nicht zu crashen blöde kuh das mache ich nämlich schon achso nicht crashen machst du ja das auch erstmal eine schnellste runde fahren runde 5 von 5 oh fuck das heißt ich habe nur noch diese runde um nach vorne zu kommen aber michael ja was mir gerade eingefallen ist vielleicht ist es auch nur das vielleicht ist auch nur das dass der typ also dieser otto das otto man da ne dass der mannlich ist aber einen weiblichen charakter wollte und ich mich keinen anderen haben eingefallen haben wir den haben ne das war viel zu schlau ne ja manchmal wäre es nicht gestorben der letzte umgelaufen hey michael verpiss dich ich bin gar nicht so nah dran nah genug verpiss dich verpiss dich verpiss dich oh fuck oh fuck alter kopf an kopf rennen für die zwei platz zumindest ja geh mal hin oh michael alter ich bin einfach nur geradeaus gefahren ich bin einfach nur geradeaus gefahren aber da vorne ist das ziel komm schon komm schon ja das ist bitter Ich glaube, ich weiß, warum der so weit geflogen ist. Der macht das, was wir gerne gemacht haben. Oh, 4k. Oh, immerhin 7.000. Ich merke gar nicht. Du bist nicht. Der hat bestimmt 10.000 bekommen. Ah, 11.000. Nie beendet. Haha. Dachbrenner ist auch nicht schlecht. Das stimmt. Premiumrennen. Hey, ich wollte gerade durchlesen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, geht mir da um Rauf. Es euch nicht gefallen hat, da um runter. Hinter das Konzertive Kritik. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Consider, liegt Gotti custаешь. огоù ist die Hand kraft. Okay, deixar you잖아요. Vielen Dank.